Sie haben den Auftrag bekommen, digitale Grundbildung zu unterrichten, möglicherweise sogar integrativ in einem anderen Unterrichtsgegenstand und wissen noch nicht so recht, wie und was? Dieser MOOC kann Ihnen da behilflich sein. Herzlich willkommen zu Computational Thinking mit BBC Microbit, der MOOC zum freien Schulbuch. In den letzten Jahren hat sich nicht nur der BBC Microbit weiterentwickelt, sondern es sind auch viele neue Unterrichtsbeispiele für den fächerintegrativen Einsatz entstanden. Das hat die Autorinnen und Autoren dazu bewegt, das Schulbuch bzw. auch die Online-Inhalte zu aktualisieren und um weitere Beispiele zu erweitern. In der Neuauflage des MOOC werden Sie nicht nur das freie Schulbuch kennenlernen, Sie werden auch selbst programmieren, damit Sie Ihren Schülerinnen und Schülern tatkräftig zur Seite stehen können. Das klingt interessant? Dann machen Sie einfach mit!